Willkommen bei AutoQuiz. Ich stelle dir 5 Fragen und du versuchst, so viele wie möglich richtig zu beantworten. Sage einfach die Zahl, die zur richtigen Antwort passt. Fangen wir an. Frage 1, warum ist die Steuer bei Dieselfahrzeugen höher als bei Benzinfahrzeugen? Erster Ausgleich zum geringeren Benzinpreis. Zweiter Große Nachfrage. Dritter Mehrpartikelausstoß. Diese Antwort ist richtig. Dein Ergebnis ist 1. Frage 2, wer baute den ersten sogenannten Motorwagen? Erster Gottlieb Daimler. Zweiter Karl Benz. Dritter Henry Ford. Frage 2, wer baute den ersten sogenannten Motorwagen? Erster Gottlieb Daimler. Zweiter Karl Benz. Dritter Henry Ford. Die richtige Antwort ist 2 mit Karl Benz. Dein Ergebnis ist 1. Frage 3, was ist die erfolgreichste deutsche Automarke der Welt? Erster Mercedes. Zweiter Volkswagen. 3. Diese Antwort ist richtig. Dein Ergebnis ist 2. Frage 4, wie lange dauert es, bis der Extremsportwagen Bugatti Veyron bei Vollgas, 408 km pro Stunde, seinen 100 Liter Tank klärt? Erster 15 Minuten. Zweiter 1 Stunde. Dritter 45 Minuten. Frage 4, wie lange dauert es? Ich stelle dir 5 Multiple Choice Fragen. Antworte mit der Zahl, die zur richtigen Antwort gehört. Sage beispielsweise 1, 2 oder 3. Du kannst jederzeit ein neues Spiel beginnen. Sage einfach Spiel starten. Wenn die letzte Frage wiederholt werden soll, sage Wiederholen. Möchtest du weiterspielen? Frage 4, wie lange dauert es, bis der Extremsportwagen Bugatti Veyron bei Vollgas, 408 km pro Stunde, seinen 100 Liter Tank klärt? Erster 15 Minuten. Zweiter 1 Stunde. Dritter 45 Minuten. Diese Antwort ist richtig. Dein Ergebnis ist 3. Frage 5, welcher legendäre Sportwagen bereicherte den Fuhrpark des Papstes? Erster Ferrari Enzo. Zweiter Mercedes SLR. Dritter Porsche 959. Diese Antwort ist falsch. Die richtige Antwort ist 1 mit Ferrari Enzo, du hast 3 von 5 richtig beantwortet. Danke fürs Mitspielen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.